Erst die guten Neuigkeiten. Die Welt ist im Top-Zustand. Ein Bürgerkrieg in Russland. Loyalisten der Regierung gegen Ultranationalisten, Rebellen und schlappe 15.000 Atombomben. Also nur ein normaler Arbeitstag. Khaled al-Assad, im Augenblick der zweitmächtigste Mann im Mittleren Osten. Es heißt, er hat das Öl, hier der King zu werden. Die Aufklärung hat ein Auge auf ihn geworfen. Und die schlechten Neuigkeiten? Heute stößt ein neuer Typ zu uns, frisch aus der Grundausbildung. Er heißt Soap. Schön, Sie zu sehen. Nehmen Sie eins der Gewehre vom Tisch. Sie kennen das Spiel. Auf zur ersten Station und mit dem Gewehr zielen. Zauberhaft. Okay, schießen Sie jetzt aus der Hüfte auf die Ziele. Verwenden Sie die Zielvorrichtung nicht mehr. Ich will, dass Sie aus der Hüfte feuern. Nun zielen Sie mit Ihrem Gewehr, Soap. Also, schießen Sie jetzt mit der Zielvorrichtung auf jedes Ziel. Jetzt werden die Ziele von etwas Sperrholz verdeckt. Kugeln werden dünnes, schwaches Material wie Holz, Putz und Blech durchschlagen. Schießen Sie durch das Holz auf die Ziele. Gut. Hier tauchen nacheinander Ziele auf, eins nach dem anderen. Treffen Sie alle so schnell wie möglich. Wirklich gute Arbeit, Kumpel. Holen Sie sich nun eine Pistole. Gut, jetzt wechseln Sie auf das Gewehr. Ziehen Sie jetzt Ihre Pistole. Denken Sie dran, zur Pistole zu wechseln ist immer schneller als nachladen. Mit dem Messer sind Sie noch schneller als beim Wechseln auf die Pistole. Zerschneiden Sie die Wassermelone. Sauber, Ihre Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Captain Price möchte Sie sehen. Das war's. Er ist der neue Sir. Nehmen Sie ihn nicht zu hart ran. Es ist ein erster Tag. Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Wie hat einer wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? Soap, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Alle anderen ab zur Beobachtung. Für diesen Test müssen Sie das Fahrschiff in weniger als 60 Sekunden meistern. Gass hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Viel Glück. Über die Leiter da drüben. Nehmen Sie die MP5 und 4 Blendgranaten auf. Auf mein Zeichen aufs Deck und zur Position 1. Danach die Treppen runter auf Position 2. Dann zur Position 3 und 4 und meinen Anweisungen bei jeder Position folgen. An das Seil, wenn Sie bereit sind. Los, los, los! Treffen Sie die Ziele! Position 2, los! Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Position 4, treffen Sie die Ziele! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! 6, los! Blendgranate durch die Tür! Treffen Sie die Ziele! Finale Position, los! Rennen Sie zum Ziel! Nicht übel, aber noch nicht wirklich gut. Die Leiter rauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Ansonsten kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Ersetzen Sie alle verbrauchten Blendgranaten. Benutzen Sie die MP5! Los, los, los! Treffen Sie die Ziele! Position 2, los! Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Position 4, treffen Sie die Ziele! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! 6, los! Blendgranate durch die Tür! Treffen Sie die Ziele! Finale Position, los! Rennen Sie zum Ziel! Das war eine Verbesserung, aber beim Müll ist das nicht schwierig. Nochmal! Gentlemen, die Frachtschiff-Mission läuft. Machen Sie sich bereit. Wir starten um 0200. Wegdreht. Wir starten um 0800. Problem 6, das war eine Verbesserung. Wir starten um 0800. 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 Schnellen Siem ab. in 1800. Das Paket ist an Bord eines Fahrtags. Estland Registrier Nummer 52775. Ein Bram an Besatzung und Sicherheit an Bord. Irgendwelche Weisungsregeln? Besatzung entbehrlich. Baseplate, hier Hammer 2-4. Wir haben Sichtkontakt zum Ziel. Noch 60 Sekunden. Verstanden, 2-4. 30 Sekunden, Licht aus. 10 Sekunden. Funktest auf sicheren Kanal wechseln. Ziel erfasst. Grünes Licht. Los, los, los! Waffenfreigabe. Feuer einstellen. Gas, bleib im Vogel, bis wir das Deck gesichert haben. Over. Ja. Trupp zu mir. Treppe gesichert. Hey, na zdrowie, Polkowik. Letzte Runde. Gang gesichert. Süße Träume. Mannschaftsquartier gesichert. Nach oben. Vorderdecke gesichert. Grünes Licht für Alpha. Los. Bereit, Sir. Verteilen. Drei Meter Abstand. Da sind zwei auf der Plattform. Ich sehe sie. Waffenfreigabe. Ja. Ziel neutralisiert. Ziel erledigt. Wir haben Gesellschaft. Hammer, zwei, vier. Wir haben Ziele im ersten Stock. Verstanden. Wir greifen an. Bravo 6. Hammer hat kaum Sprit. Wir ziehen ab. Big Bird wird in zehn Minuten für die Evakuierung auf Station sein. Verstanden, Hammer. Warcraft, Griffin, haltet uns den Rücken frei. Alle anderen folgen. Ja. Die spare ich mir für den Nahkampf. Verdammt richtig. Auf ein Zeichen. Los. Überprüft eure Ecken. Bewegung. Die Ecken überprüfen. Rechts sicher. Links sicher. Gang gesichert. Vorwärts. Rechts sicher. Treppe gesichert. Bewegung rechts. Ziel erledigt. Gang gesichert. Vorwärts. Überprüft eure Ecken. Bereithalten. Auf meinen Zeichen. Bin bereit. Blattgranate los. Los. Steg sicher. Gebe Deckung. Weiter. Druck zu mir. Vorwärts. Druck zu mir. Keine Ziel in Sicht. Reyk. Ich bin wichtig. Zu mir. Ich bin bereit. Es ist ein Ziel. Mach die Ecken. Ich bin bereit. Eine Möglichkeit. Weg zu mir. Bewegung rechts. Vorwärts! Vorderen Bereich sicher. Bewegung. Rechts sicher. Links sicher. Formieren! Bereithalten auf beiden Falsen! Zwei bereit. Eins bereit. Danke, die Här. Vorderung. Probeurend. Sprech. Sprech. Sprecher! 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 Ziel erledigt. Bericht. Alles okay? Ja. Ich empfange starke Signale, Sir. Ein Blick hierauf kann sicher nicht schaden. Ah, das ist arabisch. Baseplate, hier spricht Bravo 6. Wir haben es gefunden. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern? Keine Zeit, Bravo 6. Zwei Flieger sind schnell zu euch unterwegs. Nehmt mit, was ihr könnt und dann nichts wie raus da. Die bewegen sich schnell. Vermutlich Mix. Hauen wir ab. Soap, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Alles klar, alle mal nach oben. Pronto. Warcroft, Griffin, wie ist euer Status? Sie sind schon im Helikopter, Sir. Feindliches Flugzeug nähert. Bravo 6, bitte kommen. Bravo 6, wie ist Ihr Status? Scheiße! Was zum Teufel ist passiert? Das Schiff sinkt! Wir müssen weg! Sofort! Bravo 6, komm, fährt auch nochmal. Big Bird! Hier, Bravo 6! Wir sind auf dem Weg nach draußen. Marsch! Soldat! Wir hauen ab! Zu den Stegen! Los, los, los! Bewegt eure Ersche! Los! Wieder ausstehen! Geht ihr! Pass auf, dein Kopf! Los, los! Schneller! Alles bricht auseinander! Na los, na los! Achtet auf die Rohre! Bravo 6, der Rot und Teufel sind Sie! Bereit, wir sind fast da! Welche Richtung? In welche Richtung ist der Heli? Nach rechts, nach rechts! Wir haben keine Zeit mehr! Los, komm schon! Immer weiter! Wo zur Hölle ist der? Spring schon! Hab dich! Wir sind alle am Wort, los! Verstanden, wir verschwinden. Baseplate, hier Big Bird. Paket gesichert, wir kehren zur Basis zurück. Ende. Verhalten ist der Limburg auch fast da. TASP AUF angefangen dennkl Untertitelung des ZDF, 2020